Hallo zusammen, also ich bin Richard Witterer. Wer es nicht weiß, genannt werde ich Ridschi bei den meisten. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe hier in Maklohe, toller Verein, tolle Struktur, auf die junge Mannschaft mit gesunder Mischung, jung, alt, toller Kader, großer Kader, ich habe richtig Bock. Es ist so, dass ich natürlich bei Vize Gede viel gelernt habe und jetzt bei meinem aktuellen Trainer Stefan Rosenthal, der echt genial ist und wo ich mir vieles abgucken kann mit Sicherheit. Ich denke, dass ich als Trainer so ein gemischtes Ding finden werde. Natürlich muss man zwischendurch mal dazwischenhauen, aber auch mit Sicherheit so ein Kumpeltyp, also ein gesundes Mischelding werde ich da finden. Wenn mich, wenn auf den Weg du siehst, in der Zeit kommen, verschwindet wieder, Da bekommst du eine Kumpeltypsle? Ja!